So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, endlich habe ich es auch bekommen. Warum? Ich wollte das National Graffiti Kids Magazin Nummer 21 für 5 Euro auf jeden Fall einmal haben. Warum? Wegen das Lego City Polypack mit der Nummer 30 570. Ja, Lego City ist eigentlich nicht so meine Welt, aber es ist cool. Es ist wirklich cool, weil das wirklich richtig cool ist. Das ist ein Luftkissenboot, eine Figur, ein kleines Äffchen. Es passt. Es müssten so um die 35 Teile nur sein, aber es ist wirklich cool. Es hat eine schöne Bedeutung. So, jetzt fragt ihr euch, warum ist das Polypack lose? Ich habe gerade mein Titelbild gemacht. Deswegen habe ich es abgemacht. Aber nichtsdestotrotz gehen wir natürlich erstmal auf das Magazin ein. Und die Magazine sind wirklich richtig cool. Ja, es ist unsere Erde, unsere Welt. Lebewesen, Wälder. In das Magazin wird immer richtig toll alles beschrieben. Meine persönliche Meinung. Deswegen einmal sollte man mindestens immer so ein Magazin haben. Vielleicht auch zweimal. Ab und zu sind ja auch coole Beilagen bei. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und dann könnt ihr mal reinschnuppern. So, und ihr seht schon alles. Sehr viel Wissenswertes. Oh, eine goldene Toilette, wer braucht die dann? Dann Steine, Smaragze. Da sind sie natürlich alle. Das sind Meerkatzen. Obwohl sie nicht so aussehen. Obwohl sie für mich mehr wie kleine Affen aussehen. Aber trotzdem. Dann haben wir hier ein bisschen Merging Dising von Schleich. Schleich ist ja im Moment richtig cool. Aber auch teuer. Ist hochwertig hier. Och, schaut mal. Hat keine Vorderfüße. Es ist wirklich Wissenswerte. Man muss es nicht alles wissen, was hier drin ist. Aber es ist was dabei, was ihr bestimmt nicht wisst. Weil ich finde die Magazine gar nicht mal so schlecht. Und jetzt haben wir hier ein Poster. Zwei Seiten. Elefanten. Richtig schöne Tiere. Oder Erdenbewohner. Aber leider werden sie gejagt. Und oh, ein Löwe. Der guckt aber. Der König der Löwe. Ich schätze beiseite. Dann seht ihr selber. Es geht weiter. Ah, hier ist was über Elefanten. Wo sie leben. Welche Arten. Es gibt zwei oder drei Arten. Also zwei Arten weiß ich. Auf jeden Fall gibt es. Aber gibt es auch drei. Gucke ich mir natürlich mal genauer an. Und hier sind so. Ah. Dann kommen wir jetzt hier zu einer kleinen Comic-Beilage. Natürlich mit Luftkissenboot, Minifigur und dem Kleinschirm. Mehr Katze. Seht ihr? Richtig cool gemacht. Auch nur in dieses Polypack habt ihr diesen Aufdruck und diesen Aufdruck auf die Jacke. Woanders nicht. Aber seht mal die Elefanten. Ich finde die neuen Elefanten richtig cool. Aber eben gesagt, ich finde das Set nicht so schön. Aber ich werde mir die Elefanten auf jeden Fall besorgen. Irgendwann sind sie lose. Einzel zu haben. günstiger. Vielleicht sogar von Bricks. Dann sind sie etwas günstiger. Aber ich finde die cool. So. Und das ist hier schon die Werbung für das nächste Magazin. Und hinten nochmal eine Schleichwerbung. Aber jetzt kommen wir zu das eigentliche Polypack. Wo ich finde, einmal muss ich es haben. Vielleicht ihr oder andere natürlich auch. Schreibt es mir in die Kommentare. Aber jetzt bauen wir das natürlich mal auf. Ah. Na, stand da nicht irgendwo drauf. Ah, da. Mit 34 Teilen. Ja, wusste ich doch. Es sind nicht viele. 34 Lego-Teilen. Hat dieses Lego City Polypack Nummer 30 570. So. Das Magazin und das Polypack kostet hier 5 Euro. Einzelt im Internet wird dieses Polypack zwischen 6 Euro und 10 Euro schon gehandelt. Ist viel zu teuer. Wenn ihr das Magazin, irgendwo kriegt eine Tankstelle, bei einem Einkaufsladen, Edeka, Kaufland, Rewe, ist ganz egal. Oder bei euren Zeitschriften, die der Lotte-Totto-Annahmestelle. Und ihr habt Lust darauf. Holt es euch im Internet. Wird es leider nur einzeln zu teuer im Moment angeboten. Nummer nebenbei erwähnt. So. Raus. Baueinleitung. Aselte. So. Jetzt natürlich erstmal zu die Figur. So. Und das sind ja die neuen. Affen, Schimpansen, Meerkatzen. Sehen richtig cool aus auf einer Art. Ich nehme mal eben die Platze. Kann man natürlich auch aufstecken. So. Der eine oder andere kennt die ja schon. Aber das sind die neuen. Die alten. Die konnte man die Arme bewegen. Aber haben trotzdem, wie ihr seht, sehen schön aus. In diesem Fall ist er dreifarbig. Einmal, zweimal und die Augen schwarz. Es passt also. Er ist richtig niedlich anzuschauen. Aber wie gesagt, das sind die neuen, die man nicht so bewegen kann. Jetzt kommen wir zu der Minifigur. Und das rote Käppi. So. Diese Figur kriegt ihr zurzeit nur in dieses Polypack. Seht ihr? Und das Wichtigste an dieser Polyfigur ist dieser Aufdruck hier hinten. Der ein oder andere von euch weiß, um was es geht. Und es ist richtig cool. Seht ihr den? Er ist wirklich perfekt. Und diese Figur kriegt ihr nur mit diesem Aufdruck in dieses Polypack. Das dazu. Oh, jetzt ist es ein bisschen umscharf geworden. Mal ihn wieder einstellen. So. Aber jetzt werde ich erstmal alles zusammenbauen. Und versuchen einmal. Zweimal zweilängliche. Und ich wollte es unbedingt einmal haben, dieses Polypack. Ich weiß nicht warum. Mir hat es gefallen. Und euch natürlich zu zeigen, es ist natürlich Lego City. Es ist nicht, der ein oder andere weiß es. Es ist nicht meine Welt. Aber trotzdem. Diese Figur mit dem Aufdruck fand ich richtig cool. Wollte ich es. Deswegen habe ich jetzt, ich glaube insgesamt, ein paar Tage habe ich jetzt gesucht. Und jetzt war es bei mir bei Edeka. Gestern beim Einkaufen. Och, dachte ich, da ist es ja. Und habe es mir sofort mitgenommen. Aber der dieses Polypack noch nicht kennt. Oder auch kennt und schon hat. Schreibt es bitte für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Habt ihr es selber schon? Findet ihr das auch? Cool. Auch wenn ihr es nicht habt. Es ist einfach gebaut. Es ist ganz klar. Jetzt kommen die blauen Polizeilichter. Einmal, zweimal. Seht ihr? Es ist witzig. Aber mir ging es ja wirklich nur um die Figur. Um den Druck. Umdrehen. In jeder Ecke. Ah, diese glatten Teile. Jetzt passt es natürlich nicht in die Ecke rein so schnell. Auch nicht. Was ist denn jetzt los? Seht ihr? Vor die Kamera mache ich das deswegen nicht gerne. Weil es geht immer was da schief. Oder man so. Und dadurch kratzt es nicht so. So. Und jeder Stein. Einmal dieses. Dann den Lenkrad. Und hier ist er. Ist auch. Das ist das coole. Er ist bedruckt. Es ist kein Aufkleber. Er ist bedruckt. Und das. Und das ist wirklich. Der eine oder andere weiß es ja. Selten. Das kommt dann. Hier hin. So. Lenkrad hoch. Sieht richtig cool aus. Und witzig. Dann dieses Teil. Dieses Teil. Da rein. Hinten als zweites. Der Rotorblatt. Oh. Da hat er mal eine gute Lagerung. So sieht das ganze Teil dann ganz fertig aus. Jetzt kommt hier hinten noch eine Kiste drauf. Da kommt dann der grüne Apfel rein. Oh. Ein Teil über. Perfekt. Und ein blaues Licht über. Perfekt. Zweiteile über. Jetzt passt natürlich die Figur in Sitzen da rein. Aber ich stelle sie jetzt mal hin. So sieht das ganze dann fertig aus. Jetzt könnt ihr den kleinen Schimpansen. Ja. Er hat jetzt keinen Stein. Um den fertig zu machen. oder die Meerkatze sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz. Was haltet ihr davon? Von das Luftkistenboot? Die Figur mit dem Druck? Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Für mich und alle anderen natürlich. Ich fand es gut. Und seht ihr, das sind nämlich die Sets, die dazugehören. Zu den neuen. Da gehört das nämlich bei. Ihr seht es. Es gibt ja diesen großen. Da mit den Elefanten. Was ich richtig toll finde. Aber das drumherum. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur den Elefanten. Irgendwann kriege ich die. Und dann die kleinen Sets. Und das ist eben das passende Polizist dazu. Aber nichtsdestotrotz. Eure Meinung. Eure Kommentare sind mir jetzt wichtig. Wo ihr es zur Zeit günstiger kriegt. Auf das Magazin. Ist ganz klar. Im Internet selbst. Zwischen 6 und 10 Euro wird es gehandelt. Aber nichtsdestotrotz. Eure Meinung. Eure Kommentare. Ich versuche es mal natürlich. Irgendwas von den neuen Sets hier unter dem Video zu verlinken. Sicher. Bequem. Auf jeden Fall. Günstiger. Günstiger. Müsst ihr selber mal schauen. Aber das allerwichtigste ist natürlich. Bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.